Hallo, ich bin Marco und jemand hat mir geschrieben My big frustration is that I can't understand people talking around me, but I cannot speak. I feel blocked. Ja, also dieser Mensch hat eine ganz große Frustration, dass er andere Leute verstehen kann, aber nicht selbst sprechen kann. Und es fühlt sich für ihn so an, er sagt I feel blocked. Es fühlt sich für ihn so an, als ob er stecken bleiben würde. Aber die gute Nachricht ist, the good message is, the good news, gute Nachricht ist, dass er vielleicht gar nicht stecken bleibt. Maybe he is not blocked. Denn es ist ganz normal, it's totally normal, dass man am Anfang eine ganz lange Weile nicht sprechen kann. It's normal to not be able to speak for a long time. Und das kann bis zu fünf Monate dauern oder länger. And that can last up to five months or even longer. Und das wirklich Wichtige ist daran. Es ist wirklich, wirklich unglaublich wichtig. Dass man sich keinen Stress macht. Dass man sich keinen Stress macht. Dass man keine Angst hat. Besonders wenn man sich gezwungen fühlt, sprechen zu müssen. Especially when you feel pressured to talk. Denn das ist wirklich eine Blockade. Die Blockade kommt daher, dass man Angst hat. A block is coming by being afraid. Und wenn man sich aber zurücklehnt. Das ist mein Ratschlag. Einfach zurücklehnen. Lay back. Entspann dich. Relax. Und alles wird viel besser laufen. Denn es ist wirklich völlig normal, dass man lange Zeit nicht sprechen kann. Insofern konzentriere dich darauf, ganz viel zu hören, ganz viel zu lesen. Concentrate on reading a lot, listening a lot. Und das wird dir sehr viel weiterhelfen. Deswegen mache ich diese Videos auch nicht ganz auf Englisch, sondern deswegen spreche ich Deutsch mit dir. That's why I'm talking German with you. So you can have that immersion, so to speak. Da hast du diese Immersion des Deutschen. Dadurch, dass ich jetzt auch mit dir Deutsch spreche, lernst du Deutsch. You learn German by listening to me. Und dafür brauchst du gar nicht sprechen. Wenn du jetzt dieses Video dir anschaust, if you're now watching this video. Sit back, relax. Lehn dich zurück. Entspann dich. Denn dadurch lernst du. Und das ist wirklich auch wissenschaftlich bewiesen, dass man sehr viel lernt durch viel hören, viel lesen. Und das ist scientifically proven, scientifically proven, that you learn a lot by listening and reading. Danke fürs Anschauen. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.